Du, Papa, wir müssen uns mal unterhalten. Worüber müssen wir uns denn unterhalten? Ich bin schwanger. Was? Dritter Monat. Ja, aber was wäre... Mein Französischlehrer. Französischlehrer? Ja, deswegen müssen wir uns ja unterhalten. Er ist Austauschlehrer und fällt nächstes Jahr zurück nach Marokko. Ja, Marokko. Ja, er ist Marokkaner und jetzt hat er mich natürlich gefragt, ob ich mit ihm komme. Und ich habe Ja gesagt. Nach Marokko? Ja, ich glaube einfach, dass es das Beste ist, wenn ich jetzt bei ihm bleibe. Jetzt, wo er doch diese schlimme Hepatitis hat. Hepatitis? Ja, Hepatitis B. Ich befürchte ja, dass er mich angesteckt hat. Und, was sagst du? Ich kann... Sag nichts, Paps. Stimmt alles gar nicht. Ich habe dich angelogen. In Wahrheit ist es halt so, dass ich sitzen bleibe. Fünf in Mathe und Englisch. Naja. Und ich wollte halt, dass du es in der richtigen Installation siehst. Hauptsache, ich bin gesund. Natürlich. Siehst du, so sehe ich das auch. Und, kriege ich jetzt zehn Euro fürs Kino? Okay, ja. Ja. Ich bin ganz done. Ich bin ganz gespannt. Das war's für heute.